Musik Tja, unsere gute alte D-Mark steht wie eine 1, nicht? Nichts kann sie erschüttern. Eben, eben. Man muss sie bloß haben. Aha, wir werden bald welche haben. Hier ist das Treppenhaus und das ist die Wohnung. Und hier, wo das Kreuz ist, da müssen wir ein Loch durch den Fußboden stellen. Ganz billiger Parkettboden. Ist das schlecht gebaut? Dünne Decke. Typisch sozialer Wohnungsbau. Für uns kann die Decke nicht dünn genug sein. Das ist ja das Soziale dabei. Ich meine, ich habe eine schreckliche Angst vor einbrechen. Aber, aber. Ja, ja, ich weiß, das ist albern. Aber glauben Sie mir. Es gibt viele schlechte Mädchen. Das ist ein Geizkragen. Nein, wir müssen auch an unser Alter denken. Wir kriegen nämlich keine Rente. Wozu denn Rente? Rente gut, alles gut. Ab dem Moment, wo wir 50 Jahre alt sind, haben wir doch im Knastzelle 3. Das weißt du doch. Eine Doppelzelle, ganz warm. Die Glocke schlägt vom Turm und es sitzt am großen See. Der Angler und sein Wurm und sein Herz zerbricht vor weh. Vor lauter Abschiedsschmerz fallen Tränen auf den Grund. Ein Wurm hat auch ein Herz.